Es ist komplett still und niemand ist da. Wir sind nämlich unsichtbar, meine lieben Freunde. Willkommen zurück bei Paper Mario 2. Wir sind aktuell als Peach unterwegs, aber unsichtbar. Was ist das? Nein, er sagt ja, was ist das? Niemand da und die Tür geht auf, ist wahrscheinlich kaputt. Und nun müssen wir unsere neue Unsichtbarkeitsfähigkeit nutzen, um an geheime Daten von Crucius heranzukommen, die auf seinem Rechner sind. Und ich werde aufpassen, dass ich kein dieser Crucius berühre. Ich kann mir vorstellen, dass das eventuell, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu Problemen führen kann. So, er scheint aktuell nicht da zu sein, aber da ist ein Gegner. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir, ah ne, hier kann ich nur nichts machen, ob wir hier irgendwie reinkommen. So, der denkt sich auch so, yo, was geht hier ab? Das ist sicher ein großes Zimmer, aber wo ist die Disk? Wahrscheinlich hier in seinem Rechner, oder? Hier ist der Computer, aber zuerst muss ich die Datendisk finden. Achso. I get it. Vielleicht hier hinten. Ah, hier ist sie. Oh yeah. Also, die Disken den Computer einlegen und ins Netz gehen. So, zack. Einlegen. Lol. What? Das ist ein Videospiel? Oder, hä? Ja, es funktioniert. Das sieht aus wie ein Videospiel. Ich kann nichts tun gerade. Ich hoffe, die Daten kommen bei, bei Tech an. Das war's sicher. Muss nur noch zurücklegen, sonst... Oh boy. Ich hab irgendwie Angst, dass er jetzt gleich reinkommt. Hier hin. Okay. Ich glaube, das hat funktioniert. Ich hoffe, er hat jetzt die Daten, die er braucht. Aber irgendwie trau ich dem Ganzen noch nicht. Funktioniert das wirklich so einwandfrei? Wir werden sehen. Wir scheinen aber wieder aus dem Raum rauszukommen. Und wenn ich jetzt nicht in irgendein Kruzion reinrattere, beziehungsweise reinlaufe, hier schön immer außen, dann sollten wir eigentlich die Datendiebstahl-Quest erfolgreich durchgeführt haben. Wir werden sehen. So, jetzt geht die Tür nochmal auf. Der Kruzion denkt sich, jo, was ist jetzt los? Danke, Peach. Konnte Daten erfolgreich lesen. Ach, so ein Glück. Ich sage dir, wie du deine Gestalt wieder erlangst. Trink die grüne Flüssigkeit. Dann verwandelst du dich zurück. Äh, was? Achso, sie muss sich natürlich erstmal anziehen, Leute. Sie wird natürlich nicht einfach nackt das trinken, ne? Der eine oder andere Stingel von euch hat sich das mit Sicherheit gewünscht, ne? Aber nee, wir sind ein, äh, kinderfreundlicher Kanal. Zumindest im großen Teil. So ist es besser. Also, die grüne Flüssigkeit, oder? Die hier? Nee, dann die grüne Flüssigkeit hinten, oder wie? Wir werden das mal ausprobieren. Yay! Es funktioniert. Puh, zum Glück. Wenn das nicht funktioniert hätte. Komm zurück in mein Zimmer. Und die Kursionen auf dem Gang sind jetzt einfach weg? Da waren drei Stück. Loh, ja. Da sagt das Spiel einfach so. Die kommt da einfach hin. Übrigens, Tech, was waren das eigentlich für Daten? Analyse läuft noch. Viele der Daten sind geschützt. Aber wenn meine Vermutung sich bewahrheitet. Sich bewahrheitet? Nein, keine Vermutungen. Ergebnisse werden genannt, sobald Analyse beendet ist. Falls erforderlich, kannst du jetzt eine Mail schreiben. Na gut, du wirst mir alles sagen, wenn du verstanden hast. Dann schreibe ich jetzt eine Mail. Ich nehme dir mal einen Sip. Fertig. Kannst du sie abschicken? Wunderbar. Nachricht verschickt. Für heute war das alles. Bitte kehre in dein Quartier zurück. Gut. Also, äh, hau rein, Diggi. Danke, Prinzessin. Keine Ursache. Oh, sie lächelt immer. Die verstehen sich voll gut. Am Anfang war das noch so super skeptisch und so weiter. Prinzessin, Prinzessin Peach. Ich werde dich schützen. Oh, der ist richtig verliebt. Oh, süß. Die Story mit dem Wein war am Anfang echt weird, aber mittlerweile hat sie sich zu einer echt süßen Story entwickelt. Muss man wirklich, muss man wirklich sagen. Es ist schon, es ist schon cool gemacht. Oh, wir sind in Düsterdorf wieder. Borussia ist am Start. Lol, da unten läuft Krosselos, oder was? Seht ihr das? Der lief da gerade. Oh Mann, das ist ja wirklich ziemlich düster hier. Wahrscheinlich hat man den Ort deshalb Düsterdorf genannt. Hier soll sich auch eines der Sternjuwelen befinden. Verhört am besten die hiesigen Düsterlinge. So erfahren wir bestimmt etwas. Gute Idee, Kamikupa. Also, wo fangen wir an? Wir werden vielleicht mit dem hier mal reden. Was macht ihr hier? Hier muss doch irgendwo Brunelda Superbombe versteckt sein. Verflixt. Irgendwo muss das blöde Ding doch stecken. Wenn sie nicht bald etwas tut. Oh, lol. Wirklich? Oh, Heureka. Das ist ja die Superbombe. Damit machen wir Mario fertig und hohen uns seine Sternjuwelen. Noch hat mich das Glück nicht verlassen. Der da, dieser Typ da. Der scheint etwas über die Sternjuwelen zu wissen. Hey, was willst du denn, du Schildkröten-Imitat? Sucht ihr etwa auch die Sternjuwelen? Da geben sich für mich ja ganz neue Möglichkeiten. Na gut. Erzählt mir sofort, was ihr über die Sternjuwelen wisst. Und wie wäre es, wenn du uns sagst, was du weißt? Und sag schnell, sonst kannst du was erleben. Bö, äh, 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 du machst mir richtig Angst. Äh, ha, aber wir sehen dann nochmal, wer im längeren Hebel sitzt. Kompanie angetreten. Was sagst du? Willst du jetzt reden? Mit Bounsers herlegst du dich besser nicht an. Kompanie angetreten. Oh boy. Hm, gar nicht schlecht. Und was jetzt? Ähm, äh, da hilft wohl nur noch der Einsatz der Bombe. Und das sind euer Schicksal besiegeln. Achtung, Superbombe. War die nicht kaputt? Boah. Hey, gar nichts passiert. Haha, Pech gehabt. Ah. Oh. Das war's? Die haben sich jetzt einfach in die Luft gesprengt? Das war, das war die Bowser-Story? Wow. Das war ja sehr aufschlussreich. Was war das? Oh lol, da ist immer noch hier Piratenkönig Cortez. Voll geil. Ihr habt gekämpft wie echte Korsaren. Ihr gefällt mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Black Skull Ruit noch eine Weile benutzen. Oh, wie wunderbar. Mit diesem Schiff sind wir wie der Wind in Rohlingen. Wir verlassen die Insel und kehren heim, Leute. Ah, die Heimat. Auf diesen Moment haben wir so lange gewartet. Wir brauchen einen Schatz, wenn er nach Hause kann. Wir stechen den See. Ganz meine Rede. Komm an Bord, Mario. Wir hauen ab. Also, Mario. Wir bleiben auf der Insel. Es ist zwar viel passiert, aber uns gefällt es hier. Und Romanz und ich haben hier einen Platz, an dem wir gemeinsam leben können. Mario, sag dem Boss einen Gruß von mir. Ich bleib auch hier. Ohne Geistes, die Insel bestimmt gar nicht mal so übel. Ich liebe Happy Ends. Also, Mario, was kommt jetzt als nächstes? Barbara, du, ich liebe dich. Alles klar. Zum Ablegen. Wir laufen aus. Oh boy. Geile Story. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Ich bin gespannt, was es jetzt hier geht. Es fehlen ja noch zwei Sternjubälen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich vermute einfach mal, dass jetzt die Eisgegend kommt. Das ist die, in der noch gar nichts war. Logbuch des Kapitäns. Unser Abenteuer geht zu Ende. Wir hatten gute Winde. Am Horizont erscheint schon der Hafen von Rolingen. Den Schatz haben wir nicht bekommen, aber ich bin doch sehr zufrieden. Ich denke, ich habe das wertvolle Risse erhalten, als einen Schatz. Wir laufen ein. Zeit, das Logbuch abzuschließen. Der Ruhm gebührt allen. Corsario. Oh, er denkt an die Crew. Heimat, endlich. Roling. Wie habe ich mich nach dir gesehnt? Ich habe aber auch alles dafür getan, dass alle Mann unbescheidet heimkonten. Nun, ich denke, das wisst ihr auch. Corsario. Wir möchten uns von dir verabschieden. Vielleicht treffen wir uns ja eines Tages wieder. Oh, die sind alle schon weg. Und so plötzlich. Nur du bist noch da, Mario. Für dich geht das Abenteuer ja noch weiter. Du hast durchaus das Zeug, den großen Corsario eines Tages zu überflügeln. Obwohl, na, ganz einfach wird das sicherlich nicht. Also gut, ich werde dann... Ach, übrigens, Mario. Sag mir, wenn du mal wieder die Absicht hast, die Ila Corsaria zu besuchen. Ich mache dir einen super Preis für die Überfahrt. Alter, voll geil. Der Schild jetzt einfach hier im Hafen, oder was? Schon gut. Wir brauchen dich nicht mehr. Nun, da alle sich bereits verabschiedet haben, werde ich mich auch empfehlen. Wenn wir uns irgendwo treffen, sprich mich ruhig an. Also, hau rein. Alter, voll geil. Der Piratenkönig schild jetzt einfach im Hafen. Komm, Mario. Wir sollten jetzt zum Eonentor gehen. Ja, da bin ich auch dafür. Oh, da kommt die Mail von Peach. Mario, es gibt gute Neuigkeiten, ne. In meinem Gefängnis gibt es einen seltsamen Computer. Er heißt Tech. Mit seiner Hilfe konnte ich neue Details über die Gangster herausfinden, ne. Tech analysiert gerade die Daten, ne. Wenn eine seiner Analyse abgeschlossen ist, wissen wir sicher mehr. Wenn es weit ist, melde ich mich wieder bei dir. Peach. Oh, die Prinzessin gibt sich große Mühe. Das sollten wir auch tun. Herr Barbara, für dich mache ich alles. Ich würde sagen, wir gehen ohne große Umschweife direkt zum Eonentor. Die Ratte hier ist mittlerweile abgehauen. Also, das ist... Die hat einfach unser Erspartes mitgenommen für Investitionen. Drecksvieh. So, aber hier ist Luigi wieder. Stell dir vor, in Singerstadt war auch ein Teil des Kompasses. Du musst wissen, da komme ich gerade her. Dieses Abenteuer war so crazy. Okay, wir hören uns jetzt wieder an. Festival in Singerstadt. Also, das ist eine lange Geschichte. Der Prunk in Singerstadt war wirklich unvorstellbar. So eine lebhafte Stadt und voll ektrücklicher Menschen. Sussella, eine Susel-Dusel, konnte uns bei der Suche helfen. Sussella wollte auch Schauspielerin werden. Und dann suchte ich nachher immer einen Zorbel, dem sie sich anschließen könnte. Aber wir konnten ihr nicht helfen. Das war ziemlich kacke. Und dann hat sie uns vom Bühnenfestival in Singerstadt erzählt. Und der erste Preis war ein Teil des Wunderkompasses. Da musste ich natürlich sofort hingehen. Ähm, naja, die Beschreibung hat zumindest gepasst. Also, ja, wir hatten keine andere Wahl. Wir probten für ein Musical und für den Wettbewerb. Der Titel war das Rätsel des Flammenden Wappens. So hieß das Stück. Na, es war eine Katastrophe. Es war ganz gruselig. Ich war Gras. Ich spielte ein bisschen Gras am Wegesrand. Ich dachte, ich wäre was Cooles. Aber war ich nicht. Ich musste einfach nur liegen und durfte nicht reden. Oh, ganz schlimm. Und das die ganze Zeit lang. Alle anderen hatten Sprechrollen. Naja, was soll ich sagen? Ich hatte grüne Kleinheit. Das war alles. Naja, zumindest war das Stück ein voller Erfolg. Also bekamen wir den Teil des nächsten Wunderkompasses. Und besonders fand ich mich zwar nicht. Aber ich bin schlossen, mein Abenteuer fortzusetzen. Aber dann wartet auf einmal diese Fans hinter der Bühne. Und, na, du kennst das ja. Der Fame und so weiter. Und, ja, dass man auch als Gras so beliebt sein kann, wusste ich gar nicht. Das war ein nices Gefühl. Und der Wunderkompass zeigte mir das nächste Ziel. Die Ruinen des Kometenpalastes in Sagenwald. Mein Ziel stand fest. Und dann hörte ich wieder die Stimme. Diese geile Stimme vom Prinzessenerklär. Oh mein Gott, das war so nice. Wie Gras auf einer saftigen Wiese. Ich werde die Prinzessin auf jeden Fall befreien. Und, na, du weißt Bescheid. Jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt, äh, ja, passt alles. Okay. Und jetzt erfahren wir wieder, was wirklich passiert ist. Mein Name ist Rosela. Luigi ist wirklich ein talentierter Schauspieler. Sobald seine Mission beendet ist, werden wir wieder zusammen auf der Bühne stehen. Unser nächstes Stück heißt Das Wunder des Roten Siegels. Luigi spielt natürlich das Gras. Lol, okay. Die, die, die hasst ihn nicht mal. Ne, normalerweise hat ihn ja jeder gehasst. Und sagt dann immer, ich bringe ihn um irgendwann. Aber, der hat wohl seine Rolle als Gras sehr überzeugend gespielt. Oh, jetzt haben wir schon eine Mail. Jetzt gibt es auch das Rohlinger Post. Äh, hier die, die, die Rohlinger Post wieder. Es ist wirklich, äh, hier ist, hier ist permanent was los. Du kannst nicht mal chillen. So, ähm. Rohling, der als Blumenkumba bekannte Parkkumba wurde heute im Park von Rohling dabei entdeckt, wie er Blumen pflückte und aß. Seine Antwort war, Verzeihung, ich liebe Blumen und auf einmal waren sie in meinem Mund. Nach Bekanntwerben des unglücklichen Vorfalls zeigten Bürger von Rohling mitgefühlen mit dem reuigen Blumenfresser. Shoppingdetektiv. Heute stellt sich der Laden, heute stellt sich vor, der Laden von Düsterdorf. Der Laden wird von einem jungen Ehepaar betrieben und der Inhaber scheint zu fürchten, dass Kunden seine attraktiven Frau nachstellen. Eine Frau bleibt bei mir, so lautet der Kommentar auf unsere Fragen. Nun, die Liebe dieses Paars wird sicher niemand anzweifeln wollen. Ein Service des Düstershops für RAD-Leser. Doppelte Rabattpunkte für Einkäufe in den nächsten 15 Minuten. Juckt mich nicht. Ich möchte zum Millionentor. Das ist alles, was ich aktuell will. Und wir werden auch direkt, wenn wir jetzt hier vorbeilaufen... Oh lol, warum steht der draußen? Heute Bartum verbessern. Oh, gut, dass ich dich treffe. Bei der Befragung der Sterne erfuhl ich eine Offenbarung, die dich betrifft. Sie besagt, dort wo einst ein großer Drache war, neben dem Raum... Oh, ich muss schon wieder... Nein. Nein. Dort wo einst ein großer Drache war, neben dem Raum, mit der leeren schwarzen Box, jenseits der Stachelfallen, ist etwas, das dem bärtigen Kameraden hilfreich sein kann. Der Sinn dieser Offenbarung ist mir unklar, aber mit Sicherheit ist sie für euch von großer Bedeutung. Kommt zu mir, wenn ihr den Sinn verstanden habt. Nein, ich muss schon wieder in Logatzburg. Ist das dein Scheißernst? Das ist... Das geht mir so auf den Sack. Wie oft wir da jetzt einfach schon waren. Das ist so eine Zeitverschwendung. Oh, sei willkommen. Ähm... Badomb soll bitte besser werden. Oh, das nervt. Das nervt wirklich. Ich weiß nicht, vielleicht reagiere ich da auch einfach zu allergisch drauf und der normale Paper Mario 2 Spieler findet das gar nicht so schlimm, aber ich finde das einfach nur lästig. Es ist wirklich einfach nur lästig. Und ich habe nicht mal in den Schimmer, was er meint. Ich habe nicht mal in den Schimmer, was er meint. Welchen Raum er meint oder wo da Stacheln waren. Kein Plan. Jo, du darfst dich jetzt entfernen. Sehr gut. Badomb ist am Start. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Millionentor, Freunde. Bevor ich irgendwas tue, gehen wir erstmal zum Millionentor. Übrigens wird mir häufig in die Kommentare geschrieben. Äh, ich möchte eben nur mit... Hiermit sagen, dass ich das lese. Ähm, dass ich mir doch gewisse Orden von hier und da holen soll und so weiter. Aber, ähm... Ja, die Orden sind natürlich für 100% wichtig. Aber ich muss zugeben, ich bin mit meinem aktuellen Setup irgendwie recht zufrieden. Ich finde eigentlich aktuell so vom Schwierigkeitsgrad und allem drum und dran passt es eigentlich. Und ich habe sehr viel Spaß gerade am Zocken. What? Hier sind jetzt Hammerbrüder unterwegs? Was ist denn hier los? Äh, alles klar. Die Gegner ändern sich. Äh, und ja. Vielleicht, vielleicht hole ich mir bei, bei Gelegenheit mal in diesen Shops und so weiter mal Orden. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin aktuell zufrieden, wie es ist. Dementsprechend verspüre ich jetzt noch nicht das dringende Bedürfnis, irgendwie zwingend, ähm, das meine, das zu verbessern. Äh, meine, meine Orden und so weiter. Ich bin mir übrigens gar nicht sicher, ob ich die hätte scannen müssen. Vielleicht haben wir gegen die schon mal in der Arena vor dem Falkenhayn gekämpft. Naja. Ich habe jetzt halt gar nicht drauf geachtet, ob wir die KP von denen schon gesehen haben. Oh shit. Der hat mir Instant gegeben. Aber, äh. Naja, ne? Also wie gesagt, ich, ich lese die Kommentare. Ich bekomme mit, dass ich, dass ich mir neue Orden holen soll. Aber, solange wir jetzt noch nicht irgendwie super schwach sind oder so. Keine Ahnung. Ich, ich finde es wie gesagt gerade ganz fresh. Und, ähm, aua. Und ich sage mal, neue Orden würde mir auch aktuell gar nicht so viel bringen. Denn, weil mir auch die, die Ordenpunkte irgendwo dafür fehlen. Also, äh, ich kann ja aktuell gar nicht mehr Orden anlegen. Es gibt noch den einen oder anderen Orden, den ich gerne anlegen würde. Aber da fehlen mir am Ende des Tages einfach die Ordenpunkte für. Also, ich sage mal, wenn ich weitere Ordenpunkte durch Level-Ups bekomme. Oha, die geben 10 Erfahrungspunkte. Was geht ab? Dann werde ich mich auf jeden Fall um neue Orden kümmern. Also, ich lese eure Kommentare. Ihr braucht das jetzt nicht unter jede Folge schreiben. So, und wir kriegen ein bisschen mehr Cash für den Kill. Sehr schön. Oh, what? Jetzt laufen ja noch Magikupas rum? Holy shit! Hier unten hat sich ordentlich was getan. Anders kann man das nicht sagen. Oh, wir machen dem echt gut Damage. Nicht sterben, nicht sterben. Okay. Sehr gut. Weil ich will nämlich Instance scannen. Weil hier haben wir noch nicht seine KP-Anzahl. Oh, lol. Aber hier ist jetzt, hier steht jetzt Karmic Friends. Hä? Das ist, das ist der eins, einer der wenigen Übersetzungsfehler, der getan wurde. Weg mit dir, du Schund. Du bist ein Magikupas. Du bist nicht der eine Karmic. Außer es ist ein Klon von ihm. Das weiß man ja nicht. Vielleicht hat ja auch Karmic einfach einen Klon von sich in die Katakomben geböllert. Kann ja, kann ja auch sein. Aber eigentlich ist das ein Fehler. Aber wir wissen ja, dass die Übersetzung da, äh, nicht sehr konsequent in ihrem Tun sind. So, aber wir haben gleich ein Level-Absicht. Das ist, das ist relativ fresh. Ähm, warte mal, das Äonentor war, ich glaub, stopp. Nein, ich wollte da nicht runter. Also, ja, da geht's zum Äonentor. Aber ich glaube, wir können uns noch weitere Abkürzungen eröffnen. Deswegen, ja, da, bei dem Trampolin ist es zum Äonentor. Aber ich kann mir vorstellen, ich glaube, wenn ich, hier waren doch jetzt diese Abkürzungsröhren. Genau, die führen mich einmal nach Blütenweiler und einmal in den Wunderwald. Und hier war doch jetzt dann dieser Block, den ich noch nicht wegbekommen hab. Genau. Und das müsste doch jetzt mit Bartum möglich sein. Weil ich glaub, Bartum ist unser letzter Begleiter. So. Oh, shit. Moment. Klappt das von hier? Ich muss das irgendwie hinkriegen. Dass der da oben explodiert, glaub ich. Oder ich muss den Stammfahrzeuge machen. Ich probier mal, den Block hier wegzumachen. Geht das mit ihm? Nein, auch nicht? What? Wir können das hier noch nicht wegmachen? Okay. Dann ist das vielleicht eine Fähigkeit, die wir irgendwann anders bekommen. Wir haben jetzt übrigens ja auch die Schiffsfähigkeit. Da hab ich schon gesehen, dass wir im Hafen von Rohling auch was machen können. Aber die Erkundungstor starte ich dann nochmal irgendwann anders. Wir gehen jetzt erstmal zum Äonentor. Ich vermute mal, dass wir in das Schneegebiet geschickt werden. Hier ist ein Schneegebiet irgendwo in der Nähe. Oh, leu. Hier ist auch noch so einer. Stop. Da geh ich nochmal zu Combrina. Die Gegner sind deutlich krasser geworden hier unten. Das muss man echt sagen. Aber ich glaub, den habe ich ja theoretisch schon gescannt. Gegen so einen haben wir ja schon gekämpft. Aber ich weiß nicht, ob die in der Arena von Falkenheim quasi die gleichen sind. Nein. Die KP werden mir noch nicht angezeigt. Alles klar. Dann habe ich den richtigen Move gebracht, hier Combrina mitzunehmen. Dieser Kerl gehört zu einer Kuh-Patrouille. Das sind Kuh-Patrouille. 6 KP, 4 Angriff, 2 Verteidigung. Sie greifen mit Panzer und Kopfluss an. Manchmal laden sie auch die Attacken vorher auf. Manchmal rufen sie auch noch Hilfe. Oh, ganz gruselige Gegner. Nur die stärksten Kuh-Patrouille werden in die Kuh-Patrouille aufgenommen. Übrigens, wo steckt Bowser eigentlich die ganze Zeit? Du, der zündet Superbomben in Düsterdorf. So, aber die Kuh-Patrouille konnten wir fix vernichten. Aber bisher hat noch nicht so viele EP gegeben. Obwohl, stopp. Doch, die Kuh-Patrouille gibt genauso viele Erfahrungspunkte wie die Hammerbrüder. Aber als wir uns zwei Hammerbrüder waren, haben wir für die 10 Erfahrungspunkte bekommen. Das heißt, für einen einzelnen 5. Und jetzt haben wir auch 5 Erfahrungspunkte für die Kuh-Patrouille bekommen. Also, Hammerbrüder und Kuh-Patrouille bringen gleich viele Erfahrungspunkte. Aber, jetzt müssen wir ein Level abbekommen. Yes, sehr schön. Und ich werde instant meine Ordenpunkte erhöhen. So viele Orden, wie es in diesem Game gibt, brauchen wir einfach mehr Ordenpunkte. Let's go, der Hase. Und die Maximal-KP von Guprina wieder. Auch sehr gut. Und, so, auf den Magikopa verzichte ich. Dann, zack, gehen wir hier hoch. Und fragen mal das Eonen-Tor, ob ich mit meiner Vermutung des Schneegebiets richtig lag. Einer hat übrigens wieder geschrieben, dass Kapitel 6 sein Lieblingskapitel ist. Also, wir müssten jetzt wieder auf ein ziemliches Baba-Kapitel stoßen. Das auf der Insel war auch cool, gerade das Ende. Äh, aber das war enorm viel Lauferei. So, das war Gameplay-technisch nicht... Gameplay-technisch war es nicht das Beste. Das Setting war cool und auch der Piratenkönig Cortez war geil und auch das Ende. Aber Kapitel 5 wird auf jeden Fall nicht mein Lieblingskapitel. So viel kann man sagen. Aber, Kapitel 6, da freut sich der ein oder andere drauf. Hat das groß angekündigt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Gerade das Boss-Design ist echt episch. Ich glaube, wir müssen jetzt nach links oben. Nein! What? Hä? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wir müssen mit dem Zug fahren. Habt ihr gesehen, da hat diese Zuglinie hingeführt. Dann ist vielleicht das siebte Sternjuwel im Schneegebiet. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Gehen wir zurück zu Professor Goombard. Oh je, Mama Mia, Basta, Spaghetti, Pesto. Oh, ihr werdet euch freuen. Das nächste Sternjuwel ist im Bad Glimmerich. Ist das so eine Therme? Bad Glimmerich? Wo sind eigentlich die ganzen Reichen und Schönen? Nach meinen Informationen wird im Glimmer-Tempel ein Stern verehrt. Es gibt dort weder gefährliche Monstern noch dunkle Verließe. Bad Glimmerich ist ein sehr geruhsames Touristenstädtchen. Dem vertraue ich nicht. Und nach Bad Glimmerich kommt man mit dem... Genau, der berühmte Glimmerliner fährt dorthin. Zu diesem Sternjuwel habt ihr also eine sehr bequeme Reise vor euch. Es mag jedoch sein, dass es etwas Mühe kostet, das Juwel tatsächlich zu bekommen. Aber ich habe gehört, die Fahrkarten für den Glimmerliner wären unerschwinglich. Ha, vielleicht müsst ihr wieder Alpamone bitten. Oh nein, der ist schon wieder. Na gut, was sein muss, muss wohl sein. Gehen wir, Mario. Also, ihr habt verstanden. Wahrscheinlich haben wir nicht mehr viel Zeit. Und ich brauche noch einige Informationen. Also, viel Glück euch. Danke, Buddy. Also, ich glaube, wir wissen alle, dass das mit Sicherheit nicht ein einfacher Ritt wird, einfach nur nach Bad Glimmerich zu fahren und sich das Sternjuwel mitzunehmen, was da irgendwo rumliegt. Das wird mit Sicherheit wieder mit der einen oder anderen Komplikation verbunden sein. Was steht eigentlich mittlerweile auf der Rückseite? Sudlecke. Dieser bärtige Kerl ist Teil von der Ila Corsaria zurückgekehrt. Vielleicht sollte ich es auch mal versuchen. Ist ja egal, ob ich verflucht werde. Einer, der was schnelle Geld machen will. Ja, maybe. Den Piratenkönig Cortez haben wir ja vertrieben. Vielleicht kommt man jetzt an den Schatz... Ne, man kommt nicht an den Schatz rein. Der Schatz ist ja auf dem Schiff. Dementsprechend müsste man irgendwie das Geisterschiff von Cortez überfallen. Ah, das könnte schwierig werden. Aber wir haben jetzt neue Möglichkeiten. Wir haben hier schon einige von diesen brüchigen Wänden gesehen. Und mit Bart-Oms sind... What? Ich kann das nicht sprengen? Das hat auch nicht gepasst. Wow. Also entweder muss das sehr platziert sein. Tatsächlich. Wir kommen da nicht ran. Oder war ich nicht nah genug an der Wand? Ja, crazy. Warum auch immer deine brüchige Wand ist. Lol, jetzt geht's. What? Das muss ja übelpräzise sein. Aber eine weitere Signale. Sehr schön. So, zu Alpermone ging es ja hier lang, glaube ich. Und mal schauen, ob er ein Ticket für diesen Zug der Reichen, ja, für diesen Polarexpress hat. Oh, er ist krank. Oh, Pamina. Seht euch den Boss an. Die Trauer an seine verlorene Tochter hat ihn krank gemacht. Oh Mann, so war wie ein Sohn für ihn. Seitdem er weg ist, liegt der Boss nur noch rum. Für die Räuberbande sind goldene Zeiten angebrochen. Und abgesehen davon, was wollt ihr eigentlich vom Boss? Was? Ihr wollt eine Fahrkarte für den Glimmerliner? Ihr wollt eine Fahrkarte? Sehr interessant, aber wir können dir leider nicht helfen. Darum müsste sich schon der Boss selbst kümmern. Oh, Pamina. So habe ich den Boss noch nie gesehen. Wenn wir wenigstens wüssten, wo Pamina sich auffällt, ging es ihm sicher besser. Pamina und Romanzo? Waren das nicht die beiden auf die Edel Corsaria? Was? Was sagt ihr da? Ihr wisst, wo sie ist? Wirklich? Wenn du lügst, mach besser dein Testament, bevor wir dich zu fassen kriegen. Wenn du wirklich weißt, wo sie sind, bring sie Schlottenheim, oder? Nein. Nein. Wir würden auch gehen, aber wir können den Boss nicht allein lassen. Wer ihm seine Tochter wiederbringt... Wenn ihm seine Tochter wiederbringt, sorgen wir für eine Fahrkarte. Das ist so ein Spaß. Ich komme gerade von der Insel und muss jetzt wieder dahin. Ich finde das Gameplay technisch weird gelöst. Auf der einen Seite sorgt das halt natürlich dafür. Also ich sehe auch den positiven Aspekt irgendwo. Es sorgt dafür, dass es halt nicht wie so eine lineare Welt wirkt, wo man einfach nur von Anfang bis Ende durchläuft, sondern man muss die verschiedenen Orte immer wieder bereisen und so weiter. Also diesen Aspekt sehe ich schon. Aber ich finde es teilweise schon irgendwie ein bisschen lästig gelöst, muss ich zugeben. Aber, naja, was will man machen? Na, was will man machen? Es ist... Ich will die Story ja. Ich will die Story ja kennenlernen und ich will wissen, was hier abgeht. Dann muss ich auch das tun. Aber ich finde es... Teilweise finde ich es schon irgendwie krass. Wie soll ich sagen? Überstrapaziert. Ich glaube, überstrapaziert ist der richtige Begriff dafür. So, dann haben wir einmal das hier weggesprengt. Ich wollte mich jetzt hier nämlich mal umgucken. Ne, 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 wir müssen jetzt auf jeden Fall an einen Ort gehen, an dem wir... Oh, stopp, da kann ich auch noch was springen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall an einen Ort gehen, an dem wir schon waren. Entweder gehen wir in Logatzburg, weil da irgendwas ist, was wir brauchen. Aber auf Logatzburg habe ich gerade echt wenig Lust. Oder wir gehen halt wieder zurück auf die Ila Corsaria, von der wir gerade gekommen sind. So, ich weiß nicht, was besser oder schlechter ist. Erstmal schauen wir, was hier drin ist. Alter, wer bist du denn? Hehehe, hast du das tatsächlich bisher geschafft. Willkommen bei Zoro, dem Punktetauscher. Wenn du deine eigenen Fähigkeiten oder den Rang deiner Freunde anpassen möchtest, kann ich dir für nur 39 Münzen behilflich sein. Also, du oder einer deiner Freunde. Wer von euch braucht eine kleine Veränderung? Ich sag mal Rang der Freunde. Im Moment kann der Rang deiner Freunde nicht verändert werden. Ah, okay, danke. Und meine? So, was, was, was machst du? Oh, what? Ich kann hier einfach Sachen pushen? Ich push einfach mal die Ordenpunkte. Und. Ach, ah. Ich kapiere. Ich kann hier umtauschen. Ich kann hier quasi die Punkte, die ich bei meinem Level Up verteile, kann ich hier an dieser Stelle umtauschen. Nee, 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 das mach ich nicht. Ich, ich will ja meine Level Up schon mit Bedacht und überlege mir schon, was immer passt. Ich bin aktuell mit meinen verteilten Level Up Punkten sehr zufrieden. Nee, nee, das, das ist in Ordnung. Okay, das ist ein bisschen das Bluff of the Wild Prinzip. Wo man quasi auch, ähm, Ausdauercontainer und Herzcontainer miteinander tauschen kann. Quasi, falls man sich bei den Level Up einfach mal, keine Ahnung, voll verbockt oder so, hat man dann, hat man dann die Möglichkeit, das wieder ausgerade zu bügeln. So, ich nutze jetzt hier mal unsere Schifffähigkeit. Einfach mal, um zu schauen, wo wir hinkommen. Ah, ich ziehe meine an. Da kommen wir schon mal ganz entspannt ran. Aber dahinter komme ich noch nicht. Weil, ich glaube mit, kann ich mit Bomber auch nach hinten fliegen? Müsste ja eigentlich klappen, oder? Ich bin bisher immer nur mit ihm nach rechts und links geflattert. Aber kann ich mit ihm auch nach hinten flattern? Nee, ich kann nur nach rechts und links flattern. Was ist das? Das ist irgendwie auch weird. Aber ich glaube nicht, dass ich dahinter komme. Das ist zu weit. Hä? Wie komme ich da ran? Kann ich mit Erona hier irgendwas wegpusten oder so? Nee. Bomber kann ich nach hinten fliegen? Barbara bringt auch nichts. Bartump auch nicht. Die Maus sowieso nicht. Kommt rin da... Hä? Wie soll ich denn an die Röhre rankommen? Kann ich mir einen Weg irgendwie bauen? Sind hier unsichtbare Blöcke? Äh, ich bin sehr verwirrt, wie ich da hinkommen soll. Ich kann es euch nicht sagen. Aber, wir können uns ja nur bei diesen Bootsplattformen wieder zurück verwandeln. Hm. Höchst interessant. Kein schlimmer, wie ich da ran kommen soll. Werden wir dann wohl bei Gelegenheit nochmal irgendwann herausfinden? Oder wir kriegen nochmal, keine Ahnung, irgendwann eine Fähigkeit, äh, weiter zu springen oder, oder was auch immer. Meine einzige Idee wäre, wie gesagt, Bomber gewesen. Warte mal, wie komme ich denn da hoch? Da muss ich die Wand wegsprengen. Von der Seite. Aber da muss ich auch erstmal da hochkommen. Ah, Leute. Fragen über Fragen. Kann ich vielleicht irgendwann, vielleicht mit diesen Rohren hier interagieren? Oder mit diesem Gerüst oder so? Ich habe keinen Schimmer. Ich kann es euch nicht sagen. Okay. Also, obwohl wir jetzt, glaube ich, alle Partner haben. Ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe, ich erzähle dir nicht den ganzen Müll. Äh, haben wir noch längst nicht Zugriff auf die gesamte Welt. Oh, ich sehe auch schon der Patz hier davor. Holy moly. Okay, ähm, ja. Ich werde vermutlich am Anfang des nächsten Parts dann direkt vielleicht zur Logard gehen. Euch das kurz ein bisschen zusammencutten. Diesen komischen Raum suchen. Wo es dann irgendwas für uns gibt, was wir brauchen. Whatever. Und dann geht es wieder zurück auf die La Corsaria. Was soll's. Danke fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.